Lavinia Wollny und Tim Katzenbauer sind stolze Zweifach-Eltern. Doch wünschen sie sich in Zukunft noch mehr Nachwuchs? Jetzt hat es die Zweifach-Mama auf Instagram ausgeplaudert. Lavinia Wollny und ihr Verlobter Tim Katzenbauer schweben aktuell im Familienglück. Im Februar 2022 kam ihre kleine Tochter Hailey Emilia auf die Welt. Kurz danach wurde Lavinia überraschend wieder schwanger. Im April 2023 machte ihr Sohn Linus Tim die kleine Familie komplett. Doch wie sieht es mit der weiteren Nachwuchsplanung aus? Will Lavinia etwa ihrer Mama Silvia Konkurrenz machen? Lavinia Wollny spricht über ihre Familienplanung. Bei einer Fragerunde auf Instagram wollte ein neugieriger Follower wissen, ob sich Lavinia und Tim noch ein weiteres Baby vorstellen können. Ihre ehrliche Antwort? Also jetzt reicht es auf jeden Fall erstmal. Jetzt sollen die zwei erstmal groß werden und ihre Kindheit genießen. Die 23-Jährige schließt jedoch nicht aus, dass sie ihre Meinung nochmal ändert. In einem paar Jahren kann man darüber vielleicht nochmal nachdenken. Ein klares Nein zu Baby Nummer 3 klingt definitiv anders. Bei der Fragerunde plauderte Lavinia aber noch mehr aus dem Nähkästchen und verriet, wie sie auf die Namen ihrer Kinder gekommen sind. Ich fand den Namen Emilia gut und Tim den Namen Hailey. Nach langen Diskussionen, welcher Name es denn wird, haben wir uns für den Doppelnamen entschieden, so Lavinia. Bei ihrem Sohn ging die Entscheidung dagegen schneller. Der Name Linus war einfach da und das war dann auch der Name, den wir sehr schön fanden und wollten. Der Name ist ja tatsächlich auch nicht so oft vertreten. Bis zur nächsten Diskussion wird es wohl noch ein bisschen dauern. Und dann wird es wohl noch ein bisschen dauern.